Liebe Zuschauer, die nächste Geschichte handelt von Kindern, Geld und einer sehr großen Ungerechtigkeit. Sie betrifft Eltern, die sich getrennt haben und dabei meist Väter. Viele betreuen ihre Kinder regelmäßig, fast ebenso oft und so lange wie die Mütter. Doch getrennt lebende Väter müssen in Deutschland den vollen Kindesunterhalt bezahlen, egal wie groß ihr Anteil an der Betreuung der Kinder ist. Wir sind zu Gast bei Uwe Reimann und seinem sechsjährigen Sohn. Wir nennen ihn Max. Der Junge muss allerdings während unserer Dreharbeiten hinter der Kamera bleiben, weil seine Mutter das so will. Max' Eltern sind seit zwei Jahren getrennt, aber Papa ist trotzdem für ihn da. Ich bin selber ein Entscheidungskind und es ist sehr, sehr schwierig, ohne einen Elternteil aufzuwachsen, insbesondere als Junge ohne Vater. Und für mich war das eine sehr traurige Situation und die möchte ich meinem Sohn gern ersparen. Circa 160 Tage im Jahr verbringt Max bei seinem Vater. Das sind 45 Prozent der gesamten Zeit. Das kostet. Kleidung, tägliche Mahlzeiten, Möbel, Spielsachen, sogar einen Computer hat Uwe Reimann angeschafft. Und die gemeinsamen Urlaube. Eine großzügige Umgangsregelung. Dennoch sieht der Vater ein Problem. Ich bezahle alles doppelt. Ich bezahle den Unterhalt, bekomme kein Kindergeld für den Jungen und habe natürlich schlussendlich die gleichen Aufwendungen. Für Spielzeug, Sachen, Miete, Wäsche, für alles, was man so an Betreuung aufwenden muss. Und das empfinde ich als ungerecht. Den vollen Unterhaltssatz in Höhe von fast 400 Euro muss er monatlich an die Mutter zahlen. Genauso viel müsste er abgeben, wenn er sich überhaupt nicht um seinen Sohn kümmern würde. Der Grund, das Unterhaltsrecht orientiert sich am bürgerlichen Familienbild aus früheren Zeiten. Der Vater arbeitet, die Mutter kümmert sich um Kinder und Haushalt. Und auch wenn die Eltern sich trennen, bleibt es dabei. Heute stehen oft beide Eltern im Beruf und sie teilen sich die Betreuung der Kinder auch nach der Trennung. Das Unterhaltsrecht muss dringend an die veränderten Verhältnisse angepasst werden, verlangen Familienrechtler wie Hildegrund Sünderhauf. Meine Forderung ist, dass das bürgerliche Gesetzbuch dahingehend erweitert wird, dass Eltern, die sich mehr als nur mit Wochenendbesuchen bei ihren Kindern engagieren und die betreuen auch unter der Woche in einem größeren Zeitumfang, dass die unterhaltsrechtlich entlastet werden, weil sie ja auch dem anderen Elternteil Betreuungszeit abnehmen, in der dieser dann arbeiten gehen kann. Und das ist einfach sehr ungerecht, wenn hier einer, der vielleicht 40, 45 Prozent sein Kind betreut, genauso viel Unterhalt zahlen muss, wie einer, der sein Kind nie sieht. Es gäbe nur eine Chance, eine Entlastung bei den Unterhaltszahlungen zu erwirken. Nämlich dann, wenn das Kind genau zu 50 Prozent jeweils von Vater und Mutter betreut werden würde. Das ist in Deutschland aber in der Regel nur dann möglich, wenn sich Eltern freiwillig darauf einigen. Und die Mutter von Max will auf keinen Fall die 50-50-Regelung. Ich glaube, die Mutter sperrt sich aus zwei Gründen. Erstens ist sie der festen Überzeugung, dass das Kind mehr zu ihr gehört als zu mir. Und zweitens, muss ich leider erwähnen, scheint es dann doch darum zu gehen, dass sie ganz genau weiß, dass dann der Unterhalt quasi gegeneinander aufwiegt und dass beide als Bau- und als Pflichtig herangezogen werden. Und dass man nicht einfach so den vollen Unterhalt weiter beantragen kann. Uwe Reimann wollte vor Gericht die 50-50-Regelung, auch Wechselmodell genannt, erstreiten. Bedeutet, das Kind wechselt. Eine Woche beim Vater, die andere bei der Mutter. Er scheiterte. In den deutschen Gesetzen ist das Wechselmodell noch nicht einmal eine Option für die Umgangsregelung. Man kann in Deutschland einfach kein Recht bekommen als Vater, wenn man gleichwertig betreuen will. Ich habe hier 600 Euro bezahlt und das ist alles für die Katz gewesen. Was in Deutschland unmöglich scheint, ist in vielen Ländern längst das Normale. In Australien und Brasilien, aber auch in Europa, in Belgien und in Teilen Spaniens ist es laut Gesetz die Priorität, dass sich Vater und Mutter möglichst gleichberechtigt um die Kinder kümmern. In den Ländern wie Schweden, Großbritannien, Portugal, Niederlande, Norwegen, Dänemark, die Schweiz oder Frankreich ist das Wechselmodell zumindest eine gesetzliche Option und wird häufig von den Gerichten angeordnet. Und hier gibt es auch eine Unterhaltsregelung, gestaffelt nach den Betreuungszeiten. Also, wer sein Kind 30 oder 40 Prozent des Jahres betreut, dessen Unterhalt wird entsprechend reduziert. Obwohl das alles ziemlich logisch und auch gerecht erscheint, gibt es erbitterte Gegner, eine solche Regelung auch in Deutschland einzuführen. Zum Beispiel der Verein Mütterlobby. Nach meiner Erfahrung muss ich auch sagen, geht es diesem Typvater in der Regel nicht darum, die Kinder jetzt mehr zu betreuen, sondern es geht ihnen doch um die Tatsache, Geld zu sparen. Das ist übrigens Geld, was die Väter sparen, was den Müttern schlichtweg fehlt nachher in der Kasse. Also auch die Hälfte des Kindergeldes, denn das wird bei einem Wechselmodell zum Beispiel auch geteilt. Zur Erinnerung, Uwe Reimann betreut seinen Sohn 160 Tage im Jahr. Er kauft Kleidung und Spielsachen und kocht für ihn. Trotzdem zahlt er zusätzlich den vollen Unterhalt, fast 400 Euro im Monat. Längst geht es vielen Vätern nicht mehr nur ums Geld. Zum Beispiel Sven Kuhne. Er will vor allem noch mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen. Seine Überzeugung, das Kind braucht Mutter und Vater. Wenn das Kind jetzt zu 80 Prozent bei der Mutter und 20 Prozent, dann wird das Kind und den Vater ja niemals als ein gleichberechtigtes Elternteil wahrnehmen können. Und darum geht es, dass das Kind eben von beiden Elternteilen gleich viel mitbekommt. Jedes Elternteil, was sich um sein Kind bemüht, will ja auch ein bisschen was von sich mitgeben, seine Ideale, seine Wertevorstellungen. Sven Kuhne klagte sich durch alle Instanzen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage gar nicht erst angenommen. 10.000 Euro investiert und trotzdem gescheitert. Die Richter sperren sich offenbar gegen das Wechselmodell, weil es in den Gesetzen nicht zu finden ist. Ich weiß nicht, warum Deutschland hier so hinterm Mond ist. Es wäre dringend an der Zeit, eine neue Kultur auch im Umgang mit den Kindern bei der Trennung zu suchen, zu pflegen, zu etablieren. Das Bundesjustizministerium sieht keinen Anlass, Unterhaltszahlungen per Gesetz an die Betreuungszeiten anzupassen oder das Wechselmodell wenigstens als Option im bürgerlichen Gesetzbuch zu verankern. Es wird also weiterhin Ungerechtigkeiten geben und keine klaren Gesetze, dass Väter wie Uwe Reimann sich dagegen wehren.